Wir haben in dem Video eine Anwendung mit Schwarzkümmelöl. Die Wirkung kannst du ja aus meinem Schwarzkümmelöl sehr genau herauslesen. Also bitte einfach dieses Video angucken. Es geht um eine Augenanwendung. Ich selber habe ja immer wieder mit Problemen mit den Augen zu tun. Ich sitze sehr viel vor dem Computer. Ich arbeite sehr viel bei Nachtlicht und so weiter und so fort. Immer wieder gereizte Augen und da kommt auch mir selber dieser Tipp extrem entgegen. Von dem abgesehen, dass man natürlich das Schwarzkümmelöl zu Hause haben sollte, zumindest wenn man diesen Tipp und die folgenden, die bei den nächsten Videos noch kommen, ausprobieren möchte, dann braucht man natürlich Schwarzkümmelöl. Dann macht man, machst du folgendes. Massiere vor dem Schlafengehen die Augenlider leicht mit etwas Schwarzkümmelöl ein. Ein paar Tröpfchen genügen hier natürlicherweise. Ja und zusätzlich gibst du ebenfalls einen halben Teelöffel Schwarzkümmelöl in ein, ein Viertel Liter Karottensaft und nimmst diesen zweimal täglich zu dir. Das machst du ganz einfach so lange bis Linderung, Besserung oder überhaupt das ganze Symptom verschwunden ist. Ja, meine Lieben, das war der erste Tipp mit Schwarzkümmelöl. Ich wünsche euch alles Liebe, eine weitere schöne Zeit. Alles Liebe, Geo, Baba, Tschüss, Ciao und Service.